und damit herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute möchte ich euch meinen hofer einkauf präsentieren ich war nämlich heute bei hofer einkaufen und habe dort ein paar sachen gekauft und ich dachte mir ich zeige euch die heute einfach einmal und zwar zuerst habe ich mal gekauft hier die limbo batterie das ist alles wie beim hofer gewohnt von kayago und helios und hier habe ich jetzt einmal die limbo 2.0 das eben die standard batterie für 25 euro beim hofer dann habe ich noch gekauft das merengue set das ist ein vulkan set und zwar mit einem goldenen und einem bunten vulkan die gab es schon letztes jahr aber dieses jahr ist eben statt dem silbernen ein bunter vulkan dabei und deswegen wollte ich die unbedingt jetzt wieder einmal mitnehmen und da habe ich mir gleich zwei packungen von geholt und ich bin schon sehr gespannt wie die sind also da kommt von denen auf jeden fall ein test video und das war eben mein hofer einkauf eigentlich wollte ich mir noch das tango mitnehmen aber das tango sortiment wird immer teurer jetzt ist ja wieder um zwei euro teure geworden und deswegen dachte ich mir dass ich das nicht mitnehmen von dem nach ist es eben nur bei den artikeln hier geblieben und ja das war's dann auch eigentlich schon und ja ich werde wahrscheinlich noch ein video hochladen vor silvester das wird wahrscheinlich noch eine zweite einkaufstour werden aber da bin ich mir noch nicht sicher aber auf jeden fall ja das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat dann würde ich mich sehr über einen daumen nach oben freuen und ja danke fürs zuschauen und ciao bis zum nächsten Mal